E-Bike gestohlen? Ein Fahrradpass kann es retten. Gestohlene Fahrräder lassen sich oft nicht identifizieren. Mit einem Fahrradpass bekommst du dein E-Bike aber wieder zurück. Erfahre in diesem Video, wie ein Fahrradpass funktioniert, welche verschiedenen Arten es gibt und welche Vorteile eine Fahrradpass-App hat. Wusstest du, dass es oft schwierig ist, gestohlene Fahrräder zu identifizieren? Im Zweifelsfall muss die Polizei die Diebe laufen lassen, samt Diebesgut, weil sie nicht eindeutig weiß, wem die Räder gehören. Mit einem Fahrradpass passiert dir das aber nicht. Warum das so ist und welche Arten von Fahrradpässen es gibt, erklären wir dir in diesem Video. Untertitelung des ZDF, 2020 PowerUnity ist Experte in Sachen E-Bike-Sicherheit. Ich bin Matthias von PowerUnity und verrate dir in dieser Folge, was ein Fahrradpass ist, wie du ihn digital verwenden kannst und warum er so wertvoll ist. Wenn dich das interessiert, dann bist du auf dem richtigen Kanal gelandet. Abonniere den PowerUnity-Kanal und in den Detail unserer Powerful Community. Doch jetzt lass uns erst einmal klären, was man unter einem Fahrradpass versteht. Was ist also ein Fahrradpass und welche Vorteile hat er? Ein Fahrradpass enthält wie dein Reisepass Merkmale für eine Identifizierung. In diesem Fall handelt es sich allerdings nicht um Merkmale einer Person, sondern um Merkmale deines Fahrrads. Zum Beispiel Marke und Modell, Rahmennummer, Hersteller, Farbe oder Kodierung. Ein Foto darf natürlich auch nicht fehlen. Wozu sein Dokument gut ist? Nun, ganz einfach. Mit einem Fahrradpass kann die Polizei dein Rad einwandfrei identifizieren. Außerdem hilft dir der Pass, wenn du nach einem Diebstahl mit deiner Fahrradversicherung kommunizierst. Erstellen kannst du einen Fahrradpass auf zwei Arten. Entweder auf Papier oder in einer Fahrradpass-App. Wenn du deinen Fahrradpass auf Papier erstellen willst, verwendest du am besten eine Druckvorlage aus dem Internet. Achte darauf, dass mindestens folgende Angaben enthalten sind. Zunächst Angaben zu dir als Eigentümer, vor allem dein Name und deine Anschrift. Der Radtyp, der Hersteller und das Modell. Die Rahmengröße, die Rahmennummer, die Farbe des Fahrrads, falls vorhanden eine Kodierung. Der Wert deines Fahrrads, deine Versicherung, falls du eine hast. Und schließlich das Fahrradschloss, das du verwendet hast. Zusätzlich kannst du den Händler, bei dem du das Fahrrad gekauft hast, in den Fahrradpass aufnehmen. Angaben zur Gangschaltung oder zum Zubehör und Infos über Schäden oder Verzierungen erleichtern es ebenfalls, dein Fahrrad nach einem Diebstahl zu identifizieren. Am besten heftest du noch ein Foto oder mehrere Fotos deines Fahrrads bei. Grundsätzlich empfehlen wir für jeden Fahrradpass, nimm lieber zu viele Fahrraddaten auf als zu wenige. Das ist vielleicht erst einmal mühsam, lohnt sich aber. Die moderne Alternative zu einem Fahrradpass auf Papier ist allerdings eine Fahrradpass-App. Das Prinzip dahinter ist genau dasselbe. Aber eine Fahrradpass-App hat einige Vorteile. Zum Beispiel musst du kein mehrseitiges Dokument mit dir herumtragen und die Gefahr, dass du den Pass vergisst, ist auch kleiner. Denn dein Smartphone hast du wahrscheinlich sowieso immer dabei. Du musst auch nicht lange überlegen, was du in den Pass einträgst. Eine Fahrradpass-App besitzt eine Vorlage und die musst du nur ausfüllen. In der Regel kannst du Fahrradpässe für mehrere Räder bündeln. Wenn du die Informationen zu deinem Fahrrad zum Beispiel in der PowerUnity-App speicherst, kannst du sie nach einem Diebstahl direkt über die App an die Polizei und an die Versicherung weiterleiten. Das spart dir ganz einfach kostbare Zeit. Diese Vorteile haben dich überzeugt? Dann stellt sich die Frage, welche App du verwendest. Wir stellen dir zwei beliebte Varianten vor. Die Fahrradpass-App der Polizei. Nummer 1 ist die kostenlose App Fahrradpass. Sie wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei entwickelt und die kennt sich mit Diebstahlschutz aus. Deshalb ist auch die App eine runde Sache. So kannst du zum Beispiel in der App Angaben zu mehreren Fahrrädern speichern. Dort kannst du Informationen wie Rahmen und Codiernummer, Angaben zum Modell und zum Hersteller, aber auch andere Beschreibungen und Fotos hinterlegen. Bei einem Diebstahl musst du nicht die nächste Polizeiwache aufsuchen. Du kannst die Fahrraddaten aus der App direkt weiterleiten. Entweder als Mail, im Textformat oder als PDF-Anhang. Die Fahrradpass-App der Polizei erscheint regelmäßig in einer neuen Version für iPhones und Android-Handys und die Reaktionen von E-Bike-Besitzern sind überwiegend positiv. Es gibt nur einen Nachteil. Die Fahrradpass-App ist eben nur eine Fahrradpass-App. Weitere Funktionen bietet sie dir nicht. Das ist bei PowerUnity anders. Die PowerUnity-App zum Biketracks GPS-Tracker enthält ebenfalls einen Fahrradpass, der alles kann, was die App der Polizei auch kann. Du kannst alle wichtigen Daten zu deinen E-Bikes eingeben. Rahmennummer, Codiernummer, Motorenmodell etc. Ergänzen kannst du diese Daten durch eine individuelle Beschreibung, durch Fotos von deinem E-Bike und deinem Kaufbeleg. Im Ernstfall kannst du Polizei und Versicherung direkt über die PowerUnity-App benachrichtigen und über das Smartphone eine Diebstahlmeldung samt GPS-Daten an die Polizeiwache in deiner Nähe senden. Der große Unterschied zu anderen Fahrradpass-Apps ist aber, die PowerUnity-App ist viel mehr als ein Fahrradpass. Zusammen mit dem GPS-Tracker Biketracks alarmiert sie dich bei einem Diebstahlversuch automatisch direkt auf deinem Smartphone. Außerdem gibt sie dir die Möglichkeit, dein Fahrrad europaweit in Echtzeit zu verfolgen und den Standort direkt vor Ort an die Polizei zu übersenden. Damit sind die Chancen recht hoch, dass die Polizei die Täter dingfest macht und dir dein E-Bike zurückbringt. Zusätzlich zeichnet die PowerUnity-App jede Tour, die du machst, automatisch auf, ohne dass du einen Knopf drücken musst. Du kannst deine Touren in einem Routentagebuch verwalten, Routen auf Social Media mit anderen Teilen und Touren in Navi-Apps wie Komoot oder Strava exportieren. Im integrierten Newsroom der App erhältst du wertvolle Tipps und Anleitungen rund um Diebstahlschutz, E-Bikes und E-Bike-Zubehör. Alles in allem ist die PowerUnity-App also eine Rundumlösung für Diebstahlschutz, Fahrradverwaltung und Routentracking. Zusammenfassend lässt sich also sagen, egal welche Form oder welche App du bevorzugst, auf einen Fahrradpass für dein E-Bike solltest du auf keinen Fall verzichten. Schließlich kommt es immer wieder vor, dass die Polizei Fahrraddiebe laufen lassen muss, weil sich gestohlene Fahrräder nicht identifizieren lassen. Wenn du vergessen hast, dir die Rahmennummer zu notieren und keine Kaufbelege mehr in der Schublade hast, dann kannst du nur zusehen, wie dein E-Bike in den Besitz eines anderen übergeht. Und das willst du nicht. Mit dem Fahrradpass passiert dir das nicht. Idealerweise machst du es mit deinem Fahrradpass wie mit deinem eigenen Ausweis. Du nimmst ihn einfach überall hin mit. Das funktioniert mit einer Fahrradpass-App natürlich leichter als mit einer Variante auf Papier. Außerdem profitierst du mit einem digitalen Fahrradpass von weiteren Servicevorteilen, angefangen bei schnellen Online-Diebstahlmeldungen vom Smartphone aus etc. Mit der Pau Unity App und dem GPS-Tracker BikeTracks erhältst du zusätzlich einen umfangreichen Diebstahlschutz mit Bewegungsalarm, Echtzeit-Tracking und Diebstahlpass. Viel mehr Sicherheit geht eigentlich nicht. Du willst noch mehr Tipps rund um E-Bike-Sicherheit und GPS-Technik erhalten? Dann schau auf unserer Themenseite Pau Unity erklärt vorbei. Hier gibt es jede Woche das Wissen, das du brauchst, um dein E-Bike vor Diebstahl zu schützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du informierst dich aber lieber auf YouTube? Dann abonnier mit einem Klick auf diesen Button unseren Kanal und schau dir alle Pau Unity erklärt-Artikel ganz einfach als Video an. Auf Wiedersehen. Und dann abonnier mit einer